malzer leute heute ist ein großartiger tag im early access ist eine neue version von diesem unified network erschienen und damit eine funktion die uns endlich dieses doppelte natt thema was viele viele leute von euch da draußen haben gezwungenermaßen durch fritzbox zwang oder was auch immer was telefon zwang oder kabel über fritzbox und so weiter doppeltes natt in dieser kombination ist jetzt vorbei mit dem aktuellsten early access je nachdem wenn ihr das video schaut ist es natürlich vielleicht schon general available jetzt hier im video einmal die theorie und dann natürlich einmal wie richtig das ein oben das doppelte natt zu entfernen schwenken wir rüber in die theorie und folgendes ist bisher immer der ist zustand gewesen das ist jetzt also das schaubild ganz normal fürs doppelte natt ihr habt natürlich alle so wie ich hier diesen high performance super pc der an das cloud gateway ultra angebunden ist mit einem eigenen netzwerk oder ihr habt auch 20 netze dahinter völlig scheißegal erst mal in meinem fall beispiel ist das jetzt hier dieses netz 1.0 24 also ich betreibe dahinter meine wlan die weiß dass meine pc ist über kabel völlig egal alles in meiner unify welt so jetzt aber das problem mein unify gerät ist an meine fritzbox angebunden weil da halt einfach das internet herkommt und da seht ihr schon meine mein unify und mein fritzbox teilen sich dieses beschissene ja wie soll ich sagen ladennetzwerk zwischen den beiden ja ich muss halt eben irgendwie kommunizieren und von da nach da passiert schon das erste problem denn bevor dieses update jetzt kam konnte diese unify kiste auf dem waren interface das nothing nicht abschalten sondern es war gezwungenermaßen nennen wir es mal vorgegeben und deswegen ist auch da eingetragen auf diesem port auf dem waren port wird jetzt oben im paket sozusagen als source ip adresse die 178 punkt 2 angegeben bevor das datenpaket hier das unify gateway verlässt und dann zur fritzbox geht weil das netzwerk ist der vier wie soll ich sagen der fritzbox nicht bekannt und dieses gerät konnte es nicht einfach das ändert sich jetzt was ist dann passiert dann das ganze mal wieder auf der fritzbox weil da sitzt ja unsere öffentliche ip adresse wieder ein nothing passiert bevor es dann halt eben zu unserem zielhost irgendwo im internet das datenpaket angekommen ist auf dem rückweg passiert dasselbe wir haben wieder das nothing rückwärts es muss in die natting tabelle reingeguckt werden scheiße okay wir haben es dann gefunden dann wird gesagt alles klar es soll in richtung unify gateway geschickt werden das hat ja wiederum auf dem waren port genattet doppeltes nat haben wir dann jetzt hier bevor es dann im endeffekt zu eurem high performance pc wieder zurück kommt doppeltes nat wie soll ich sagen gilt es zu vermeiden weiß ich nicht mache ich ein extra video darüber aber unter dem doppelstrich wollen wir es vermeiden also was ist jetzt die neue methode die es jetzt gibt mit dem early access haben wir jetzt die möglichkeit auf unserem waren port zusätzlich mit einem gateway dieses masquerading dieses natting sozusagen zu disablen auszuschalten und dann halt eben die macht des routings zu benutzen dafür müssen wir zweierlei dinge tun einmal auf dieser unify kiste das einrichten dass wir sagen mach bitte kein nothing mehr ist ein knopfdruck leute wirklich ein einziger knopfdruck und wir müssen natürlich auch der fritz box die netzwerke angeben die hinter dem unify gateway kleben das sind die zwei einzigen sachen die wir machen müssen und das alles nur mit dem einen software update hier von der unify kiste aber kurz zur erklärung was haben wir dann dann haben wir natürlich das nothing auf der unify oder auf dem unify cloud gateway abgeschaltet müssen dort nur noch routing machen was einfach deutlich performanter ist als routing und nothing und müssen halt eben wirklich nur noch unser normales nach das aber typisch ganz normal für unser internet anschluss zu hause völlig in ordnung außer bei ipv6 haben wir ein ganz normales nothing dann haben wir nur noch einen an einem einzigen ort das nothing auf der fritz box und die kann sich damit beschäftigen und wir sind die lästige arbeit auf dem unify gateway los so viel jedenfalls zur theorie ich werde das ganze jetzt aufbauen und dann gemeinsam mit euch einmal kurz durch konfigurieren genau nach dem schaubild wie es euch gerade gezeigt habe ich habe mir alles aufgebaut das schwarze kabel geht direkt zu meinem pc das rote kabel ihr seht schon da hängt die fritz box ganz normal dran und das blaue kabel von der fritz box ist in meinem fall einfach das waren also mein dsl zugriff und es war's bevor es losgeht einmal schnell gezeigt ihr müsst auf diese version hier achten 8320 hier rechts oben seht ihr auch noch mal die steht aktuell im early access das heißt nicht wundern wenn ihr jetzt gerade versucht im update zu machen sie ist noch nicht general available ihr müsst halt eben dann warten bis sie in den offiziellen kanal kommt oder ebenso wie ich jetzt gerade eben ganz normal in den early access wechseln und da sieht man auch oben added support for custom network address translation rules for unify gateways das ist ja hier ein ganz normal unify gateway aber wie sieht das ganze denn jetzt in action aus wenn er das update gemacht hat eingeloggt habe in die settings geht dann findet ihr im menüpunkt routing oder routing je nachdem wie ihr möchtet jetzt hier oben dem menüpunkt nat und da taucht jetzt ganz genau das auf was wie soll ich sagen seit langer zeit default immer und fest hier reingebraten war das ganz normale natt masquerading auf den beiden oder schrägstrich nur einem waren port und genau das städte auch translate network traffic to primary waren masquerade alle protokolle alle ports alle source ip adressen tralala sollen sozusagen ja source genattet werden auf die ip adresse 178.2 machen wir mal kurz schnell gegen check da steht ja auch ganz normal 178.2 ist sozusagen von meinem unify gateway die ip adresse ganz normal und das ist das was wir jetzt halt eben vermeiden wir wollen wir wollen ja jetzt routing machen wenn wir jetzt routing machen wollen ja wie soll ich sagen machen was relativ einfach wir nehmen ich habe gesagt das ist eine option wir nehmen hier unten das global nat settings raus und sagen off und schalten das ganze einfach aus er warnt uns schon wir kommen nicht mehr ins internet device will lose internet access ja wissen wir ja denn wir wollen ja hierüber auch ins internet aber der soll nicht das nothing machen mit unserer öffentlichen ip adress also sagen wir jetzt hier ganz einfach disable apply changes und damit ist erstmal grundsätzlich auf den waren ports das source nothing disabled und datenpakete werden jetzt nackig so wie sie sind mit der ip adresse von meinem pc zur fritzbox geleitet das war menüpunkt 1 von 2 jetzt müssen wir uns natürlich noch um die fritzbox kümmern denn wir müssen der fritzbox jetzt ja beibringen dass die meine netzwerke hinter dem unified cloud gateway kennt noch mal kurz zur theorie wir müssen jetzt ja sagen dieser fritzbox mitteilen weil sie kennt es nicht müssen wir jetzt die netzwerke hinter dem gateway bekannt geben in dem falle dieses 1.0 an netz machen wir dafür wechseln wir wirklich einfach nur in die fritzbox rein auch hier nur eine einzige sache die umstellen muss geht ins netz in seinem netzwerk in dem menüpunkt netzwerk netzwerkeinstellungen ihr müsst auf jeden fall den erweiterten modus irgendwo an haben scrollt ganz nach unten ich glaube wenn man das nicht an hat dann hat muss man hier auch noch mal aus und daher weit weitere einstellungen klicken hier unten und dann taucht ganz unten auf tabelle für statische routen und da ist hier ein button unten unter meiner kamera ich mache es mal kurz aus da klickt ihr einfach hier auf ipv4 routen drauf und dann seht ihr schon in meinem fall habe ich das schon gemacht ich zeige euch jetzt trotzdem mal müsst ihr jetzt hier die netzwerke eintragen die das unified gateway für euch beherbergt in meinem fall ist es jetzt nur eins mit klicken auf editieren damit ihr auch wirklich seht wie das aussieht und da trage ich jetzt hier die netzwerke ein die beim unify system drin sind in meinem falle jetzt das netzwerk 1.0 dann slash 24 255 255 255 0 mit dem gateway das ist die ip adresse die jetzt das unified gateway auf dem warnport hat also wir sagen jetzt ja nichts anderem der fritzbox du findest das netzwerk was wir benutzen über diese rote leitung hier zum warnport und welche ip-adresse bei euch da drauf sitzt das müsst ihr individuell herausfinden ich habe es jetzt bei mir einfach mal mit zwei gemacht das kann man ja auch alles festsetzen das müsst ihr natürlich herausfinden das findet ihr euch auch ganz normal auf dem dashboard oben im juni vor zeige ich euch auch eben also die ip-adresse die ihr hier braucht als gateway ist diejenige welche die ihr auch hier ganz normal in eurem unify dashboard auf der waren ip-adresse da ich habe es markiert ganz normal findet und die tragt ihr als gateway adresse hier in diesem menü oder in diesem menüpunkt ein das ganze speichert ihr einfach ab drückt hier unten noch auf übernehmen bei mir ist der button jetzt hier grau und ihr seid fertig ganz wichtiger kurzer hinweis es kann sein dadurch dass die tabellen noch offen und sonst was sind dass ihr beide geräte einmal neu starten solltet und damit sind wir dann wirklich tuto kompletto fertig das heißt jetzt wir haben dieses szenario dargestellt haben das nothing hier nur ausgeschaltet und weil wir das nothing hier ausschalten muss man dieser tabelle an dieser stelle hier die routing table einrichten deswegen habe ich es extra markiert hier ist nur noch das einfache nut wunderbar wollen wir haben müssen wir auch brauchen wir auch und jetzt auf dem rückweg haben wir jetzt hier einfach den eintrag in der routing tabelle routing ist ja sowieso generell ich sag's mal ganz ganz vorsichtig besser als nothing so ich mache gerade eben schnellen speed test darüber ganz normal download upload ist meine ganz normale dsn leitung internet liegt an nothing ist disabled und ihr seid endlich dieses doppelte nut thema auf eurer unify kombination mit fritz box kombination endlich los das war's mehr müsst ihr wirklich nicht machen und damit habt ihr jetzt wirklich einfach dieses doppelte nut wenn ihr diese kombination hier wirklich braucht mit dieser fritz box wenn ihr sie braucht habt ihr damit das doppelte nut jetzt vollständig raus eliminiert ihr macht wirklich nur noch so wie jeder andere auch ein normales einfaches nut an eurem richtigen warnanschluss aber ganz ehrlich mein eigentlich meine größte empfehlung wenn ihr auf diese kiste hier verzichten könnt wenn kabelanschluss leute können häufig nicht drauf verzichten aber auch leute die unbedingt hier drüber die telefonie benutzen wollen unbedingt können darauf nicht verzichten aber wenn beides geht dann empfehle ich euch ganz klar nimmt die drei mark in die hand und kauft euch einfach ein vernünftiges dsl modem bei kabel modem sieht immer ein bisschen schwierig aus denn damit vermeidet ihr auch sozusagen noch dass irgendwie über dieses interne netzwerk noch mal gerutet werden muss mit dem modem das könnt ihr direkt direkt aus der unify umgebung dann ganz einfach ansprechen und habe noch mal einen nicht einen hopp weniger aber eine stelle wo halt eben noch mal die ip-adresse umgesetzt werden muss weniger verlinke ich euch alles hier ganz normal unter dem video wenn euch das video gefallen hat lasst man bitte daumen hoch da und natürlich dieses kostenfreie rote battle chins namens abonnieren vielen lieben dank wir sehen uns im nächsten video macht's gut und und Untertitelung des ZDF, 2020